Und dann Moinsen zu einem neuen Video und einem neuen Format. Ein Vorschlag von euch, ich habe ja gefragt gehabt, was wollt ihr sehen in der Winterpause. Das kam tatsächlich einige Male, vielen Dank für jeden, der ja was reingeschrieben hat, da waren einige Sachen zusammengekommen. Aber einige wollten VfB-Historie tatsächlich und darum soll es heute gehen. Es geht um die Meisterschaft 2007. Das ist der Moment, in dem ich mich auch mit meinen 22 Jahren mittlerweile alt fühle. Weil es wird genug Zuschauer geben und Abonnenten von mir geben, die damals noch nicht mal auf der Welt waren. Das ist mittlerweile 15,5 Jahre her, 2007. Meine erste Saison, die ich auch so, ja, mehr oder minder wirklich halt verfolgt habe. So mit sieben Jahren, wie man es halt so wirklich verfolgen kann in dem Alter. Los geht's. Wir starten noch ein bisschen früher, 2003. Die jungen Wilden unter Felix Maga, der legendäre 2-1-Sieg in der Champions-League-Gruppenphase gegen Manchester United. Im Jahr davor wurde man Zweiter, Meistersletzter 1992, Pokalsieger 1997. Danach war aber dieser zweite Platz in den Jahren danach das einzige Mal, dass man besser war als Vierter. In der Menü-Saison 03-04 wurde man Vierter, die Saison darauf Fünfter unter Sammer. Kurz vor Saison 04-05 war dann klar, man erreicht die Champions-League nicht, man verpasst sie dann die Entlassung. In der Saison darauf lief es unter Trabatoni nicht unbedingt besser, eher schlechter. Februar war das aus. Und dann ab dem 10.02.2006 ist Armin Fee Trainer beim VfB Stuttgart. Man beendet die Saison auf Platz 9. Sein erstes Spiel am 11.02.2006. Eine 2-1-Niederlage in Bielefeld. Am Ende waren es in der Bundesliga noch 14 Spiele. 4 Siege, 4 Unschieden und 6 Niederlagen. Naja, damit ist klar, zum Saisonstart 2006-2007 rechnet keiner mit dem VfB Stuttgart. Klar, wir waren und sind ein großer Verein im deutschen Fußball, aber an die Meisterschaft war nicht zu denken. Gesamtmarktwert von der Truppe war auf Platz 5 hinter den Bayern, Bremen, Schalke und dem HSV. Und der erste Spieler ging auch direkt mal richtig schön in die Hose. 0-3 zu Hause gegen Nürnberg verloren. Man war geteilter letzter Platz nach dem ersten Spieltag. Hier haben wir kurz die Startelf. Wir haben ein paar Spieler hier am Start, die interessant sind, darauf einzugehen. Hildebrandt im Tor stieg 99.2000. Stieg er aus der Jugend auf. Rechtsverteidiger aus Surio kam vor der Saison aus Mexiko. Ist nun auch beim VfB aktuell in Austin dabei. In Texas in den USA. Innenverteidigung. Babbel und Delpierre. Delpierre nun Athletiktrainer im Jugendbereich beim VfB. Aktuell linksverteidiger. Da spielte da tatsächlich Thomas Hitzesberger. Ein bisschen ungewohnt, aber machte er an dem ersten Spieltag scheinbar. 0-5, 0-6 kam der von Aston Villa. Pardo Mittelfeld. Via Rosorio kam der vor der Saison im Sommer aus Mexiko. Neben ihm Farnrüt. Vor den beiden Thomasson. Über rechts Roberto Hilbert. Was Besonderes für mich, weil mein erster Lieblingsspieler, mein erstes Trikot vom VfB. Roberto Hilbert. Im Sommer kam der aus Fürth. Über links kam Birovka. Und vorne drin dann ein gewisser Mario Gomez. 0-5, 0-6. Also ein Jahr davor kam der aus der Jugend hoch zu den Profis. Die Bank auch im Blick wert. Ludwig Manja kam aus Bremen. Dazu Salataski. Auch in der Saison hochgekommen aus der eigenen Jugend. Christian Gentner. Dasselbe. Nur im Jahr davor zu den Profis gestoßen. Aus der eigenen Jugend. Und Kakao wurde eingewechselt für Gomez. Der ja auch aktuell als Markenbotschafter beim VfB dabei in Texas. Danach 3-2-Sieg in Bielefeld am zweiten Spieltag durch Traumtor von Claudemir Geronimo Barreto. Besser bekannt als Kakao. Der nächste 3-2-Sieg folgte dann auch wieder. Siegtreffer kurz vor Schluss in Bremen. Siegtor Mario Gomez. Und das erste Ausrufezeichen am neunten Spieltag. 13-0 Heimsieg gegen Schalke. 0-4. Zu dem Zeitpunkt waren die Zweiter der VfB nun nach diesem Spiel vierter Doppeltorschütze. Sami Khedira. Ebenfalls einer aus der eigenen Jugend. Auch in der Saison erst aufgestiegen. 0-6, 0-7. Eben aus der Jugend hoch. Erster Einsatz hat er zwei Spieltage davor bekommen. Bei den VfB-Profis drei weitere Siege folgten. Und ja, nach einem 2-1-Sieg in Hannover am 12.11.2006 ist der VfB auf einmal Tabellenführer. Darauf Niederlage bei den Bayern. Sieg, unentschieden, Sieg, unentschieden. Winterpause. Und die Rückserie beginnt wie die Hinserie. Pleite in Nürnberg. Diesmal ein 4-1. Das nächste Spiel ebenfalls wie in der Hinrunde. Ein 3-2-Sieg gegen Bielefeld. Und es gab wieder eine Siegeserie. Mit Bielefeld waren es auch da wieder vier Siege am Stück. Nach dem 22. Spieltag und dem 4-0-Sieg in Frankfurt sind die Schwaben Zweiter. Schalke 04 ist Erster. Fünf Punkte Abstand. Danach Unentschieden. Niederlage Unentschieden. Und dann eben das Aufeinandertreffen. 26. Spieltag. Der VfB-Profis verliert auf Schalke im Topspiel mit 1-0. Hier auch nochmal kurz der Blick auf die Startelf. In der Innenverteidigung der Kapitän Fernando Meira. Hitzesberger, da wo er hingehört, in Mittelfeld. Manja, Linksverteidiger. Auf der Bank ein Artur Boca, der auch einige Spiele machte, im Sommer geholt. Und Andreas Beck, auch ein Jugendspieler. Auch erst im Sommer aus der Jugend hochgeholt. Damit steht man acht Spiele vor Saisonende auf Platz drei in der Bundesliga, hat 46 Punkte. Zwei Punkte hinter dem VfB sind die Bayern auf vier. Bremen ist Zweiter. Erster ist Schalke mit 53 Punkten. Es sind sieben Punkte Abstand auf die Schalke. Fünf Tore sind die auch noch besser, die Gelsenkirchener. Und ja, noch 24 Punkte sind zu erspielen im Jahr 2007. Also kurz gefasst, das Ding schien durch. Mario Gomez dazu noch am Ende Torschützenkönig beim VfB. Hatte sich die Woche vor dem Schalke-Spiel gegen Wolfsburg zu Hause verletzt. Einen Pressschlag in der 40. Minute, Auswechslung in der Halbzeit. Und jetzt, ja, was macht man jetzt? Irgendwie die Saison ins Ziel fahren eigentlich. Am besten internationale Qualifikationen. Nochmal kurz auch hier, ein bisschen historische Lehre quasi. Damals waren die Plätze 1 und 2 direkt qualifiziert für die Champions League. Der dritte Platz war eine Champions League-Qualifikationsrunde. Vierter und fünfter Platz gegen den UEFA Cup. Heute Europa League. Und Platz 6 der UEFA Cup, den es nicht mehr gibt. Acht Punkte Vorsprung hatte man auf diesen Rang 6. Doch mit dem 3 zu 1 Heimsieg gegen Alemannia Aachen startete etwas ziemlich Absurdes. Eine absurde Serie. Es folgte ein Sieg in Hamburg, ein Sieg gegen Hannover, Sieg in Wolfsburg. Das im Pokal. Und der Sieg in Wolfsburg im Pokal war nicht irgendeine Runde, das war Halbfinale. Der VfB ist Pokalfinalist 2007. Und der nächste Gegner in dieser englischen Woche, also nach dem Wolfsburg-Spiel, die Bayern kommen am 30. Spieltag zum Direkten-Duell, zum Topspiel nach Stuttgart ins Gottlieb-Deiner-Stadion. Alles hatte sich verengt an der Spitze. Schalke mit 59 Punkten, Bremen 57 Punkte, Stuttgart 55, Bayern 53 Punkte. Das nenne ich mal einen engen Meisterschaftskampf. Das kennen wir so nicht mehr. Ich war auch live dabei im Stadion, war ein Geburtstagsgeschenk damals. Das ist meine erste richtige Stadionerinnerung. Ich habe noch eine Karte und wir berechtigen, dass das erste Mal für mich das 1-0 gegen Bochum war in derselben Saison. 9.12. war das, 2006. Aber richtig in Errung habe ich dieses legendäre 2-0 gegen Bayern zu Hause. Doppelpack Kakao, der Titan mit Kappe. Kahn hat sich geschützt vor der Sonne mit einer Kappe, sah legendär aus. Und damit lässt man weiterhin, wie gesagt, Oliver Kahn, Lahm, Lucio, Van Bommel, Podolski und Co. hinter dem VfB. Da waren es nur noch vier Spieltage. Zwölf Punkte noch zu holen, zwei hinter Bremen, vier hinter Schalke. Es folgte 1-0-Sieg in Gladbach. Torschütze Hilbert, 2-0 gegen Mainz, Meira und Hilbert die Torschützen. Die Bayern patzten weiter. Es gibt keine Meisterschaft in dieser Saison. Es ist eine andere Zeit. Die Bayern werden nicht Jahre am Stück Meister. Damals zwischen 2001 und 2006 gab es drei verschiedene Meister, die Bayern, Bremen und Dortmund. Die Meisterschaft machten eben in diesen zwei Spieltagen dann noch Werder Bremen, der VfB und Schalke 04 unter sich aus. Bremen auf 63 Punkten, der VfB auf 64 Punkten und Schalke auf 65 Punkten. Der Wahnsinn da vorne in der Spitze der Bundesliga. Damals wurden noch die beiden letzten Spieltage am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Alle Spiele parallel. Und das lohnt es sich mal so richtig an diesem 12. Mai 2007. Der VfB spielte in Bochum. Schalke hatte das Revierderby beim BVB. Bremen verlor parallel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 1-2. Bochum im Tabellenmittelfeld. Und Dortmund hat noch so leichter Europa Hoffnungen tabellarisch gesehen. Und Schalke verliert. Den letzten Derbysieg des BVB gab es 1998. Und nun verlor Schalke im Meisterrennen beim BVB mit 2-0. Der Wahnsinn. Nun die Frage, was machte der VfB in Bochum? Nach vier Minuten hinten liegen. 1-0 auf vier Minuten für Bochum. Tatsächlich mal eine Parallele zum aktuellen VfB. Zur Halbzeit führt Bochum mit 2-1. In der 55. Minute kommt dann ein Hoffnungsträger zurück. Gomez wird eingewechselt. Mario Gomez, der eigentlich noch nicht ganz wieder fit war, wurde trotzdem reingeschmissen. Und, das ist ein klarer Fall wieder für Geschichten, die nur Fußball schreibt, Er trifft sieben Minuten später, 2-2 nach 62 Minuten Kakao, trifft in der 73. Minute zum 3-2-Führungstreffer. Und was jetzt? Entspannt runterspielen? Ne, wir kennen den VfB, passiert nicht. Eine Szene gab es noch. 87. Minute, eine Parade für die Ewigkeit, zumindest für VfB-Fans, von Timo Hildebrandt. Aus vier Metern gegen Dabrowski schmeißt er sich in diesen Ball aus kurzer Distanz. Das legendäre Jubelbilder danach, der feiert er die Meisterschaft quasi schon nach dieser Parade in Bochum, in dieser Minute von Hildebrandt. Der VfB gewinnt das Spiel auch eben dank dem Rekordhalter mit 585 Minuten am Stück ohne Gegentor aus dem Jahr 2003, Timo Hildebrandt. Vor dem 34. Spieltag ist der VfB Tabellenführer, 67 Punkte, Schalke hat 65. 19. Mai 2007, VfB gegen Energie Cottbus, ein Tag um Meister zu werden. Kurze Dramaturgie gab es trotzdem, 1-0 für Cottbus nach 19 Minuten und Schalke führte schnell 2-0 gegen Bielefeld zu Hause. Dann der nächste legendäre Moment in der Saison, die Momente braucht man auch einfach um Meister zu werden. Dann Eckball, 27 Minuten, Pavel Pardo bringt eine Ecke, aber bringt die nicht ins Getümmel im 16er. Nee, er bringt das Ding zentral vor den 16er. Auf Thomas Hitzesberger, Volley mit dem linken Fuß, Hitz der Hammer, der Spitzname und das Ding schlägt rechts oben ein. 1-1, der VfB ist wieder Meister. Das Spiel entscheidet dann ein Eigengewächs, wie soll es auch anders sein in dieser Saison. Flanke von Antonio da Silva und Sami Khedira-Köpf zum 2-1-Siegtreffer. Trainer Armin Fee und Sportdirektor Horst Held hatten aus dem VfB innerhalb von 1,5 Jahren einen deutschen Meister geformt. Die junge, wilde, aufwind, geiler Fußball. In einer Serie von 8 Bundesliga-Siegen in Folge zum Schluss. In der Bundesliga wurde man mit 70 Punkten Meister. Schalke auf 2, Bremen auf 3, die Bayern auf 4, nur im UEFA Cup vertreten. Hildebrand wechselt nach der Saison und das mit einem erfüllten Traum. Ich hatte immer einen Traum, hier mit dem VfB Deutscher Meister zu werden und dieser Traum ist in Erfüllung gegangen, sagte er am Stadion nach dem Spiel. Und ich, ja, ich habe mit meinen sieben Jahren auf dem Fahrrad mit VfB-Fahne irgendwo reingeklemmt am Fahrrad, im Wohngebiet meine Kreise gedreht. Es war der letzte Erfolg des VfB Stuttgart bis heute. Das Buckei-Vernal verlor man noch gegen eine Überraschungsmannschaft mit Nürnberg. Nach Verlängerung 3-2, Gomez beendet die Saison mit 14 Toren. Kakao mit 13, Hilbert und Hitzesberger jeweils sieben Tore, acht Vorlagen von Pavel Pardo. Er und Hilbert standen in jedem Spiel auf dem Platz. In den Folgejahren wechselte Gomez zu dem FC Bayern München, legte eine absolute Karriere hin, kehrte zurück. Sami Khedira wechselte zu Real Madrid, Champions League Sieger, Weltmeister, legte eine absolute Weltkarriere hin und ist nun auch wieder zurück als Berater beim VfB Stuttgart. Einige legendäre Spieler mittlerweile beim VfB holten 2007 völlig überraschend die Meisterschale. Eskalation im Stadion beim Public Viewing und eine komplette Eskalation, eine riesige Party in Stuttgart. 250.000 Fans waren es in der Landeshauptstadt, waren unterwegs. Der Autokorso brauchte für 5,9 Kilometer am Ende ganze vier Stunden. Es war ein würdiger Abschluss für eine komplett außergewöhnliche Saison. Die Meisterschaft 2007, meine erste Saison und auch gleichzeitig die erfolgreichste Saison, so gesehen tabellarisch wie auch immer als VfB-Fan. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, das neue Format, sage ich mal, gefallen, eine kleine Zeitreise, ein neues Setup hier. Ich hatte meinen Spaß, lasst mir gerne eure Meinung, eure Erinnerung, was auch immer zur deutschen Meisterschaft. Was habe ich vergessen, was war noch geil in der Saison? Lasst mir gerne in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne das kostenlos Abo, da ihr es mir nicht getan habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.